Hallo! Dann noch ein Zähnchen und dann noch ein Auge und dann noch ein Haar. Und dann Haare nehmen wir nicht. Und wer will ist mein Männchen? Irgendwie schaut das ganz gruselig aus. Claudia! Was denn? Kannst du mal schauen, ich habe so ein gruseliges Männchen gezeichnet. Oh je. Ich zeig's dir schnell. Ja, zeig mal her. Jetzt bin ich aber gespannt, wovor sich die Romy da so fürchtet. Ja, was ist denn das? Es ist ein Karies-Männchen. Ui, und jetzt fürchtest du dich? Ja, ein bisschen. Wir geben die Zeichnung lieber weg, okay? Ja, es ist besser so, glaube ich, danke. Okay, aber du, weißt du was? Bei Karies-Männchen, da fällt mir ein, wir sollten dringend Zähneputzen gehen. Nein, nein, nein. Romy mag nicht Zähneputzen. Nie und immer immer das Gleiche. Nein, ich mag nicht mehr. Ich habe schon so oft Zähneputzen. Zähneputzen, das muss jetzt irgendwann mal reichen. Das muss man jeden Tag machen. Zweimal. Nein. Und? Was soll ich sagen? Zähneputzen ist einfach wichtig. Jetzt ist sie auch noch davongelaufen, die Romy. Romy, komm zurück! Nein, ich komme nicht. Ich habe auch gar nichts gegessen. Ich lese eigentlich nie etwas. Und was ist mit den fünf Käsekuchen, die du heute verdrückt hast? Das stimmt doch gar nicht. Es waren nur vier. Ja, aber auch die vier hinterlassen Spuren an deinen Zähnen. Die müssen wir wegputzen. Sonst kommen in der Nacht die Karies-Männchen. Das wollen wir nicht. Die machen sonst Löcher in deine Zähne. Das ist nicht gut. Also komm. Jeden Tag dasselbe Theater. Die Romy mag einfach nicht Zähneputzen. Aber ich sage euch was. Ich habe mir heute was überlegt. Wartet mal. Das ist meine Gitarre. Warte. Komm. Warte. Warte. Zähneputzen mag ich so gern. Hält die Karies Männchen fern. Da bist du ja wieder. Hallo Romy. Ich war ja immer da. Ah, okay. War gar nie weg. Ich wollte nur, was machst du denn hier? Das schaut lustig aus. Ja, ich singe ein Lied. Nur für dich. Für mich mit dem Zupfgedingendster. Ja, mit meiner Gitarre. Ich will auch Gitarre spielen. Und mich selber Gitarre spielen. Nein, die Gitarre spiele heute ich. Aber du könntest doch mitklatschen. So zum Beispiel. Nein, das gefällt mir heute zu meinem Lied nicht so gut. Aber nicht traurig sein. Ich habe da eine Idee. Ich habe euch nämlich noch gar nicht verraten, dass ich zaubern kann. Ah, super. Ich möchte einen Käsekuchen haben. Jetzt sofort auf der Stelle. Ja, warte mal. Käsekuchen riesengroß. Romy spielt jetzt Schlagzeug. Los! Super. Schlagzeug ist auch toll. Ja, Schlagzeug ist toll. Was muss ich machen? Schatz mal. Super. Hoch mal. Pass auf, oben noch was. Ja, das ging richtig cool. Super. Ich kann Schlagzeug spielen. Dann haben wir jetzt ein Schlagzeug, eine Gitarre. Das bist du. Nein, das hältst du. Ja, und ich singe, oder? Ja, super. Also, ich zähle vor. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Zähne putzen mag ich so gern. Hält die Kariesmännchen fern. Ratsch, ratsch, oben. Ratsch, ratsch, unten. Zahnbürsten mag ich die bunten. Zähne putzen mag ich die bunten. Zähne putzen mag ich so gern. Hält die Kariesmännchen fern. Wuhu, super. Hey, und jetzt noch einmal. Und alle Kinder machen mit. Ja, das ist super. Alle Kinder singen mit. Die Kinder singen mit. Genau. Und du spielst das Ding. Und ich singe und du singst auch. Ja, das wird toll. Komm. Eins, zwei, drei, vier. Zähne putzen mag ich so gern. Hält die Kariesmännchen fern. Ratsch, ratsch, oben. Ratsch, ratsch, unten. Zahnbürsten mag ich die bunten. Zähne putzen mag ich so gern. Hält die Kariesmännchen fern. Ja, wie hat dir das gefallen, Romy? Hoppala. Die Romy, die ist noch im Schlagzeugmodus. Wir befreien sie schnell, okay? Aufgepasst. Eins, zwei, Mäuse, Speck. Schlagzeug ist jetzt wieder weg. Geht's wieder? Ich hätte schon etwas gekupft. Das Schlagzeug ist noch etwas laut. Ja, das stimmt. Weißt du was? Ich will jetzt unbedingt Zähne putzen. Komm, komm, gib mir. Tschüss, Kinder. Tschüss. So, dann muss ich jetzt gleich hinterher. Sonst überlegt sich's die Romy nochmal anders. Tschüss.